In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du direkte Proportionen in einem Diagramm darstellen kannst. Die direkten Proportionen sind dir nun bereits bekannt. In diesem Fall handelt es sich um eine direkte Proportion, da je mehr Äpfel ich kaufe, desto mehr muss ich bezahlen. Du siehst das hier nun auch in der Tabelle dargestellt. Für 1 kg Äpfel bezahle ich 3 Euro, für 2 kg 6 Euro, für 3 kg 9 Euro und für 4 kg 12 Euro. Diesen Sachverhalt möchte ich nun mit dir gemeinsam in einem Diagramm darstellen. Die Grundlage für das Diagramm ist nach wie vor unsere Tabelle. Als erstes zeichnen wir nun einmal die X- und die Y-Achse ein. Diese werden nun auch korrekt beschriftet, allerdings nicht mit X und Y, sondern in diesem Fall ist die X-Achse die Menge in Kilogramm und die Y-Achse der Preis in Euro. Als nächstes markiere ich auf der X-Achse die Einheiten. Die Einheiten sind hier die Menge in Kilogramm, die Äpfel. Das siehst du auch in der Tabelle gekennzeichnet. Diese Werte zeichne ich nun also auf der X-Achse ein. Als nächstes kommt nun der Preis auf der Y-Achse. 3 Euro, 6 Euro, 9 Euro, 12 Euro und so weiter. Das erste Wertepaar, das wir nun einzeichnen können, ist 1 kg kostet 3 Euro. Du gehst also auf der X-Achse zu einem Kilogramm und dieses eine Kilogramm kostet 3 Euro. Hier liegt nun unser erster Punkt. Das zweite Wertepaar ist 2 kg und 6 Euro, das zeichnest du wieder nach der gleichen Methode ein. Das dritte Wertepaar ist 3 kg und 9 Euro und das vierte Wertepaar 4 kg und 12 Euro. Verbindest du diese Punkte nun vom Nullpunkt aus, erhältst du eine Halbgerade, also einen Strahl. Und dieser Strahl zeigt nun den Preisverlauf an. Die Halbgerade muss natürlich im Ursprung also bei Null starten, denn kaufst du 0 kg Äpfel, zahlst du natürlich auch 0 Euro. Mit Hilfe dieser Darstellung kannst du nun auch andere Werte ablesen. Es lässt sich zum Beispiel erkennen, dass 5 kg 15 Euro kosten würden oder dass ein halbes Kilogramm 1,50 Euro kosten würde. Hier müsstest du nur auf der x- und auf der y-Achse deine Einteilung weiter verfeinern. Auf dieser Seite zeige ich dir nun noch ein anderes Diagramm. Auch hier lässt sich wieder ablesen, für welche Menge eines Produktes ich welchen Preis bezahlen muss. In diesem Fall, für 2 kg des Produktes bezahle ich 1 Euro. Für 4 kg des Produktes würde ich 2 Euro bezahlen. Und genauso lässt sich natürlich auch wieder ablesen, dass ich für 1 kg des Produktes 50 Cent bezahlen würde. Wie auch schon zuvor ist es auch hier so, wenn du solche Zwischenwerte ablesen möchtest, musst du auf der x- bzw. auf der y-Achse deine Einteilung noch verfeinern. Diesen Hefteintrag schreibst du bitte wieder wie immer in dein Schulübungsheft. Die Begleitaufgaben zu diesem Video findest du auf meinem Blog Mathematik Rocks oder in der Videobeschreibung. Und ich freue mich auf die nächste Mathematik Stunde mit dir.